Ja, nächste Woche sollen die EU-Landwirtschaftsminister die Einführung von Upload-Filtern beschließen. Und wollen wir das einfach so kampflos auf uns sitzen lassen? Ich finde nein. Und deswegen gehen wir morgen in verschiedenen deutschen Städten auf die Straße vor der finalen Abstimmung, die sehr knapp ausfällt übrigens. Immer mehr Länder, zuletzt Schweden, wollen dagegen stimmen. Es fehlt nur noch ein Land, was dagegen ist und diese Richtlinie kann gestoppt werden. Deswegen kommt zur Demo, save your internet, rettet das freie Internet. Bis morgen.